Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, wir machen uns heute erstmal richtig, richtig schwer und bewerten jeden einzelnen Transfer. Ihr habt richtig gehört, jeden Transfer, der in der Sommerperiode jetzt für die Bundesliga 24-25 getätigt wird. Dafür haben wir einiges auf dem Zettel. Ich habe aber Bock drauf, ist auch was, wo man dann vielleicht nach der Saison draufschauen kann und sagt, ey, was habe ich denn da für einen Käse verzapft. Aber dafür sind wir ja hier. So sieht das Ganze aus. Ich habe schon mal eine Tierlist vorbereitet. Keine Sorge, die sind hier noch nicht eingeordnet, sondern es sind einfach nur alle Spieler, die bis jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme transferiert worden sind. Das sind auch nicht alle. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal auf Marius Müller zum Beispiel oben draufklicken, wenn das denn hier funktioniert, dann sehen wir dahinter ist zum Beispiel noch ein Terrier. Also es sind quasi zwei Schichten. Nur damit ihr einmal mal einen Überblick bekommt, was es alles an Transfers irgendwie gab. Wir haben dafür fünf Tears vorbereitet. Wir gehen von irrelevant, das sind halt auch teilweise Talente in meinen Augen, die jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen werden. Über Bankdrücker kann man machen stark und es wurde gekocht. Wir bewerten, wie ich glaube, dass die einschlagen werden in der kommenden Saison. Wenn wir jetzt ein 17-jähriges Talent irgendwie geholt haben, in Form von, keine Ahnung, Angélie oder so, was Wolfsburg ja gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich relativ wenig spielen in dieser Saison, aber ist vielleicht dann auf die kommenden Jahre gesehen ein guter Transfer. Wir bewerten aber die kommende Saison. Ansonsten organisatorisch, ich nehme das jetzt hier vor dem Deadline Day auf. Das Video kommt ja auch vor dem Deadline Day online. Deswegen machen wir daraus wahrscheinlich zwei Parts. Part 1 ist, wir werden wahrscheinlich jetzt uns zehn Teams raussuchen, die Transfers bewerten. Und Part 2 sind dann die restlichen acht plus alle Transfers, die dann am Deadline Day getätigt wurden, weil ich einfach glaube, erstens visuell kriegen wir gar nicht alles hier auf diese Tierlist drauf, dass man das auch in einem Überblick sehen kann. Und zweitens ist es auch sonst einfach, glaube ich, ein bisschen zu lang, würde ich sagen. So habt ihr zwei Videos, die ihr euch anschauen könnt und ich kann auch zwei Videos posten. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Die Teams werden wir gleich per Zufall ziehen, welche wir in diesem Video machen und welche im nächsten. Dass das einfach eine random Reihenfolge ist. Und ja, ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Wir wollen ja immer noch früher oder später die 100.000 Abos kriegen. Das werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr schaffen, auch nächstes Jahr nicht. Aber langfristig ist es, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. Ach ja, und es gibt noch organisatorische Sachen, genau. Ich habe versucht, alle Transfers mit reinzunehmen. Was ich rausgelassen habe, ist zum Beispiel, wenn jetzt irgendeinen feinen dritten Keeper geholt hat, weil der würde ja per Default, glaube ich, einfach irrelevant landen. Zweite Keeper habe ich, glaube ich, teilweise mit drin. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Wie gesagt, denkt dran, Stand der Aufnahme sind halt die Transfers hier passiert. Kann natürlich sein, dass zwischen Video online gehen und ich schneide das. Noch irgendwer zu, weiß ich nicht, Borussia Dortmund gewechselt ist oder so. Obwohl, die haben ja genug Leute geholt. Der wird dann im nächsten Video erst behandelt werden. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ich blende jetzt mal hier die ganzen Boys aus und wir starten einfach mal rein. So, jetzt sieht das Ganze ganz schön leer aus. Ich bin mal gespannt, inwiefern die Tears jetzt für 10 Teams irgendwie reichen. Kann auch sein, dass wir Bankdrücker oder Stark nochmal ein bisschen vergrößern müssen. Jetzt ist die Frage, mit was wir rein starten. Ich gucke mal auf meine Liste. Und bei mir steht drauf, wir starten rein mit dem ersten FSV Mainz 05. Da habe ich Stand der Aufnahme drei Transfers zu Buche stehen. Brian Gruder ist ja abgewandert, deswegen kann ich mir auch forschen, dass man da vielleicht offensiv auch noch was tut. Erster Transfer, den wir bewerten, ist der Transfer von Kaishu Sano. Den hat man geholt aus Japan von den Kashima Antlers für 2,5 Millionen Euro. Der hatte dann direkt so eine kleine Schose, saß irgendwie zwei Wochen in U-Haft, was wir natürlich nicht so gerne sehen wollen. Hat aber auch im ersten Spiel schon gestartet. Und ich glaube, hat seine Sache auch ganz gut gemacht. Wird da im Mittelfeld vor allen Dingen den Abgang von Leandro Barreiro, denke ich mal, übernehmen. Und ja, deswegen sind für mich die unteren beiden, glaube ich, schon mal raus. Man hat auch ordentlich Geld für ihn ausgegeben. Für Mainz ist knapp drei Millionen natürlich auch irgendwie eine Hausnummer. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn irgendwo hier oben sehen wollen würde. Ich glaube, er könnte über die Saison schon zu einem Stammspieler werden. In der Mitte hat er auch Tom Kraus abgegeben. Ich bin im Moment inzwischen stark und kann man machen. Ich glaube, wir machen mal für den Anfang, kann man machen. Generell gilt dieselbe Regel wie bei jeder Tierlist. Wir dürfen nichts mehr im Nachhinein verändern. Wenn ich irgendwas blöd reingeschmissen habe, dann ist das halt eben so. It is what it is. Und machen auch weiter mit dem zweiten Spieler. Und das ist Armindo Sieb. Kommt vom FC Bayern per Laie. Ich glaube, es sind zwei Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Spielt so ein bisschen die hängende Spitze, könnte nämlich auch den Abgang eines Brian Gruder so ein bisschen auffangen. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das eine ziemlich gute Laie ist. Weil die Bayern haben Sieb nicht ohne Grund zurückgeholt. Die sehen auf jeden Fall ordentlich Potenzial an ihm, dass man ihn vielleicht mal für 10, 15 Millionen verkaufen kann. Und ich glaube auch, dass er eine gute Saison spielen kann. Kommt wie gesagt darauf an. Holt man jetzt noch wen für vorne? Man hat auch Paul Nebel, obwohl der eher die Schiene spielen kann natürlich. Der Brian Gruder so ein bisschen ersetzen könnte. Sonst könnte halt relativ viel auf Sieb fallen. Deswegen, ich bin auch bei ihm zwischen Stark und Kammern machen. Ich glaube, Bankdrücker. Bankdrücker könnte natürlich auch sein. Gerade so die erste Saison, wie alt ist der gute Mann? Der Mann ist 21. Der war aber bei Fürth halt richtig, richtig gut. Ich glaube, wir gehen den Kammern machen. Ich glaube, für Stark reicht es irgendwie nicht. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, es kommt noch jemand. Und dann wird er vielleicht auch nicht so viel Spielzeit bekommen. Ja, ich glaube, es ist okay. Und der dritte Transfer und damit auch der letzte zum jetzigen Zeitpunkt ist Nikolas Veracnik. Rechtsverteidiger kommt vom Wolfsberger AC für 800.000 bei einer Millionen Marktwert. Ich glaube, der ist eher als Backup eingeplant. Er ist auch ein junger Spieler, 21 Jahre alt. Zu ihm kann ich jetzt persönlich nicht so viel sagen. Er hat einfach mit dem Vene, mit Cassi auch zwei Außenverteidiger, die theoretisch auch beide Seiten spielen können. Wie gesagt, Nebel auch eine Option auf der Schiene. Er ist eher rechts zu Hause. Also deswegen glaube ich, ich bin zwischen irrelevant und Bankdrücker. Ich denke, er wird wahrscheinlich seine Minuten schon bekommen. Und irrelevant ist auch schon irgendwie relativ hart. Ich sage Bankdrücker. Als nächstes ist dann Eintracht Frankfurt. Die haben zum jetzigen Zeitpunkt ganze fünf Transfers getätigt. Ich muss hier auf dem zweiten Screen übrigens zwischendurch immer nochmal double checken, ob nicht in der Zwischenzeit noch was passiert. Es ist wirklich wild, was da abgeht. Man hat ja jetzt erst vor kurzem noch den einen oder anderen geholt. Wie gesagt, was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, dass wenn jemand geliehen war und der dann fest verpflichtet wurde oder wenn jemand ausgeliehen war zu einem anderen Verein, jetzt aber doch für den Verein spielt, von dem er vorher ausgeliehen war. Die zählen jetzt hier nicht rein. Also zum Beispiel ein Martanovic bei Eintracht Frankfurt, der ja Leihrückkehrer ist, ist ja kein neuer Transfer. Und auch ein Robin Koch, der wird jetzt hier nicht dabei sein, weil er eben letzte Saison schon für Frankfurt gespielt hat und deswegen in meinen Augen kein Neuzugang im eigentlichen Sinne ist. Wir starten als erstes rein mit Christensen. Rasmus Christensen kommt von Leeds United. War davor, dass er an die Roma ausgeliehen ist. Er ist ein rechter Verteidiger, der aber alles kann. Der kann die Schiene spielen, der kann den Rechtsverteidiger in der Viererkette und auch den rechten Innenverteidiger, was er auch im ersten Bundesligaspiel gespielt hat. Ein erfahrener Mann, der sich natürlich hat von Beinu Gittens ordentlich vernaschen lassen. Ich glaube trotzdem, auf die Saison gesehen ist das einer der besten Transfers, die die Eintracht getätigt hat. Ich gehe mindestens in Stark rein. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich bewerten soll, was wurde gekocht. Ich bin noch nicht sicher, wie ich bewerten soll, es wurde gekocht. Also ob da wirklich nur so die Top 5, 6 Transfers meiner Meinung nach der Saison drin sind oder halt schon ein bisschen mehr. Man könnte ihn auch da weiter oben reintun. Ich glaube, er wird eine absolute Bank werden für die Eintracht, aber ich glaube, Stark geht auf jeden Fall fit. Oskar Heuland ist dann noch gekommen vom FC Kopenhagen. Ich glaube, der wird eher für die Zukunft rangeführt werden. Hat ja auch schon, glaube ich, Einsatzminuten bekommen, oder? Ich bin mir relativ sicher. Genau, kam für Mario Götz am ersten Spieltag rein. Ich glaube trotzdem, dass er sich eher im Mittelfeld so ein bisschen schlagen wird um die Einsatzzeit mit Götze, mit Skiri, mit einem Larsson, der auch noch da ist. Deswegen gehe ich bei ihm ja mit Bankdrücker. Trotzdem für die Zukunft eine gute Addition zum Team. Christian Liszt ist wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Ein ungarisches Talent kam von Ferenc Vardos für 4,5 Millionen. Bei dem sehe ich es irgendwie relativ ähnlich. Ich glaube, viele junge Spieler werden es halt schwer haben, bei der Eintracht sich irgendwie durchzusetzen, weil da einfach eine gute Qualitätsdichte auch vorne irgendwie vorhanden ist. Man hat ja auch noch wen anders geholt, zu dem wir gleich noch kommen. Deswegen bin ich bei ihm, glaube ich, auch eher bei Bankdrücker. Was aber in Ordnung ist, wenn man ein Talent ist. Also irrelevant würde ich es trotzdem nicht machen, weil es für beide wurde auch eine gewisse Summe ausgegeben. Dementsprechend glaube ich, dass man die auch mal einsetzen wird, wenn man dann irgendwie mal gegen Pauli oder Kiel oder so spielt und glaubt, die irgendwie dort einbinden zu können. Vielleicht auch mal Startelf. Ich weiß es nicht. Trotzdem tendenziell über die Saison eher Bankdrücker. Im Gegensatz zu Can Usun, der ja auch dann Lisztes vielleicht die Spielzeit wegnimmt. Can Usun, für ihn hat man 11 Millionen Euro bezahlt. Das ist natürlich eine ordentliche Stange Geld für die Eintracht, auch wenn man natürlich viel Geld bekommen hat für den Abgang von Pacho unter anderem. Bewertet man den Transfer zukunftsmäßig, bin ich auf jeden Fall hier oben irgendwo. Ich traue Can Usun schon eine sehr, sehr gute Karriere zu. Der hat einfach bei Nürnberg ultra geballt. Aber ich glaube, für diese Saison ist es ein Kannmann mal machen. Ich glaube, er wird einiges an Spielzeit bekommen. Wahrscheinlich nicht komplett abreißen. Vielleicht überrascht er mich auch. Dann wäre er eher bei Stark. Aber ich glaube, Can Usun eher bei kann man mal machen. Und der letzte Transfer, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn ich einen von euch in den Kommentaren lese, warum war da nicht der und der Transfer dabei? Weil er wahrscheinlich zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht passiert ist. Aber das ist auch okay. Wir werden die alle in Episode 2 dann behandeln. Das Artur Teat kam von Startrenn per Laie. Auch der wird, glaube ich, mindestens kann man mal machen sein. Ich denke auch, dass der wahrscheinlich relativ viel spielen wird in der Saison. Ich bin zwischen Stark und kann man mal machen. Hat jetzt im ersten Spiel auch gestartet. Ich glaube, ich bleibe in der Mitte. Ich glaube, die Mitte wird eh relativ voll werden in diesem Video. Und Teat geht in die Mitte. Frankfurt ist damit durch. Und wir haben jetzt den SC Freiburg vor der Brust. Drei Transfers sind dort geworden. Maximilian Philipp zählt, wie gesagt, nicht. Weil der ja eher ein Leihrückkehrer ist, soweit ich weiß. Oder Maxi Philipp? Moment mal. Macht das überhaupt Sinn? Der war ausliegen von Wolfsburg, genau. Und hat ihn jetzt fest für eine Million verpflichtet. Genau. Deswegen ist Maxi Philipp nicht mit am Start. Wir starten rein mit Yannick Huth. Zweiter Keeper wahrscheinlich. Dritter Keeper. Man hat Artobolu, man hat Müller und jetzt noch Huth. Deswegen würde ich bei ihm, glaube ich, eher irrelevant gehen. Kam von Paderborn. Für mich ist er in meiner Meinung eher der dritte Keeper. Und dementsprechend wird er wahrscheinlich nicht eine Minute spielen in dieser Saison. Trotzdem, Yannick Huth bei Paderborn immer gut gewesen eigentlich. Ja, ein guter dritter slash zweiter Keeper. Ich weiß jetzt nicht, wie genau da die Reihenfolge ist. Aber Artobolu wird schon die 1 sein. Wenn er aus seiner Verletzung wieder zurückkommt. Dann haben wir Ehren Dinkchi. Der kam von Heidenheim, beziehungsweise Bremen. War ja von Bremen an Heidenheim ausgeliehen. Und Freiburg hat dann nach der glorreichen Saison zugeschlagen. Ich glaube, preistechnisch brauchen wir da nicht drüber reden. Man zahlt, glaube ich, 5 Millionen. Der Mann hat 12 Millionen Mark. Nach dieser wundervollen Saison hat auch noch einiges an Potenzial. Das ist so ein typischer Freiburg-Transfer in meinen Augen. Ich glaube trotzdem irgendwie nicht daran, dass er die Saison bei Heidenheim krass wiederholen wird. Dementsprechend gehe ich nicht in Stark, sondern ich gehe in... Kann man mal machen. Ich glaube, Preis-Leistung, wie gesagt, wäre deutlich höher. Aber wir werten ja, wie gut die nächste Saison wird. Und wir haben noch Patrick Osterhage. Der kam vom VfL Bochum. Den finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist jemand, der sich auf jeden Fall in dieser Saison als Stammspieler im zentralen Mittelfeld etablieren kann. Dann ist genau das Profil, was Freiburg eigentlich will von einem Spieler. Nämlich Jung, so ein bisschen unterm Radar. Und dann explodiert er irgendwann mal. Deswegen gehe ich bei ihm in Stark. Ich glaube, wenn man Osterhage und Dingschi zum Beispiel vergleicht, würden, glaube ich, viele das umdrehen und Dingschi weiter nach oben packen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Osterhage wird eine gute Saison spielen. Dingschi vielleicht auch ein, zwei Scorer machen von der Bank. Man hat aber auch mit Grifo, Schorleit, Doan und so weiter und so fort. Adamu, der theoretisch auch auf außen kann. Echt viel auch auf seiner Position, was theoretisch noch vor ihm liegt. Deswegen Osterhage auf Stark und Dingschi kann man mal machen. Das ist der VfL Bochum. Und die haben auf jeden Fall ordentlich eingekauft. Ich zähle mal gerade durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Transfers. Da müssen wir jetzt erstmal durch und ein bisschen durchsortieren. Ich glaube, wir können das relativ fix machen. Niklas Jahn kam auf jeden Fall von Nürnberg. Für mich ist der wahrscheinlich eher irrelevant. Ich denke, der wird nicht viel Spielzeit bekommen. Ist jemand im zentralen Mittelfeld, der sich hinter vielen Neuzugängen, aber auch schon gestandenen Spielern, wie zum Beispiel Nymluzia, Nymz Sissoko, über den wir gleich noch reden, einordnen muss. Dementsprechend wird der wenig Spielzeit bekommen in dieser Saison, in meinen Augen. Sissoko haben wir gerade angesprochen. Ibrahim Sissoko kam von RSC Straßburg ablösefrei. Ablösefrei war es ein super Transfer, 26 Jahre alt, ein gutes Alter. Ist vielleicht auch jemand, den man in ein, zwei Saisons mal wieder verkaufen kann, wenn er eine gute Saison spielt. Ich glaube, der wird eine starke Saison spielen. Wird so ein bisschen der Lucia-Nachfolger, der ja mittlerweile auch, ich weiß gar nicht wie alt, 37, 38 ist, starke Saison bei Sissoko. Und der zweite dicke Neuzugang ist Dani De Witt. Der soll ja so ein bisschen der verkappte Stöger-Ersatz sein. Problem ist bei Stöger, über den wir ja später bei Gladbach noch reden werden, ist es ultra schwer, diesen Abgang irgendwie zu verkraften. Ich glaube, das muss man einfach auf viele Schultern verteilen. Ein Paar davon ist Dani De Witt. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass der, ja, ich weiß nicht, eher nicht so richtig gut performen wird, weil er nicht so der kreierende Spieler ist. Man kann ihn auf der 8 spielen, man kann ihn auf der 10 spielen. Ich habe immer das Gefühl, dass er keine gute Saison spielen wird. Das Problem ist, dafür haben wir nicht so richtig einen Teal. Also kann man mal machen, ist ja was Gutes. Und Bankdrücker ist ja was, was ich ihm jetzt nicht geben würde, weil er wird ja auf jeden Fall viel spielen. Das heißt, vielleicht bauen wir noch einen Extra-Tier ein. Und ich glaube, so haben wir mehr abgedeckt, ne? Weil Bankdrücker passt ja, wie gesagt, zu Dani De Witt einfach nicht. Ich glaube, er wird halt einfach eine Subpar-Saison irgendwie spielen, die, ja, schon enttäuschend einfach ist. Und das ist ja dann nicht, kann man mal so machen und ist auch nicht Bankdrücker. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr Diversität da drin, ne? Finde ich generell eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, machen weiter mit dem VfL Bochum. Denn die sind natürlich noch nicht fertig. Die haben nämlich noch zwei Keeper geholt. Mit Patrick Drewes und Timo Horn. Wo ja so ein bisschen im Vorhinein der Saison die Frage war, okay, gibt es da vielleicht einen Zweikampf? Ich glaube, viele haben noch bei Timo Horn in Erinnerung, wie gut der bei Köln war. Der hat aber leider halt einfach absolut gar nicht gespielt bei RB Salzburg. Und Patrick Drewes gekommen vom KSC, die designierte Nummer 1. Und die Frage ist so ein bisschen, gibt es da noch mal Feuer? Und ganz ehrlich, wir wollen ja auch hier so ein paar kleine Hot-Takes drin haben. Ich sag ja. Ich sag, Patrick Drewes wird in den ersten fünf Spieltagen starten, einige Fehler machen. Danach bekommt Timo Horn seine Chance. Dementsprechend geht Timo Horn in Kammern mal so machen. Macht es sehr, sehr gut und wird Stammkeeper für den Rest der Saison. Nicht, weil ich Patrick Drewes nicht zutraue. Ich glaube schon, dass er ein guter Keeper ist, auch wenn er nur vom KSC, nur in der zweiten Liga in Anführungszeichen gut gespielt hat. Aber auch da, was ich von ihm gesehen habe, war, okay, aber für mich brauchst du als VfL Bochum gefühlt so einen Riemann. Und mit Riemann bist du gerade so drin geblieben. Und ich glaube, Timo Horn, der ist nicht in Form, der hat keine Spielpraxis, aber wenn er spielt, dann hat er ab und zu diese Spiele drin gehabt, wo man einfach dachte, was geht eigentlich bei dem Jungen? Und deswegen sage ich Timo Horn über Patrick Drewes. Wir haben noch Samuel Bamba geholt von Dortmund 2. Ich glaube, der hat auch ein bisschen gespielt am ersten Spieltag. Ich glaube, tendenziell trotzdem in der Offensive eher jemand, der auf der Bank unterwegs sein wird. Die Frage ist, ob wir Drewes dann einfach einen Enttäuschenden machen. Aber er wäre ja dann schon eher Bankdrücker. Dementsprechend glaube ich, Drewes passt auch da unten rein. Wir haben noch Jakov Medic geholt von Ajax. Ich glaube, der war an Pauli ausgeliehen. Dringend benötigte Verstärkung in der Innenverteidigung. Das war ja bei Bochum immer so ein Problem, dass dort, ja, der Baum gebrannt hat, sage ich mal. Ich glaube, das kann man schon machen. Ich glaube, der wird wahrscheinlich eine ganz gute Saison spielen. Dann haben wir noch Balde, Laie von Nizza, auch ein Offensivspieler. Auch da, ich weiß irgendwie nicht, wie da vorne gespielt wird. Aber man hat halt auch echt einige okaye Leute dort am Start. Broschinski, Daschner, Hofmann, zumal das halt auch beides eher so Flügel sind. Ich meine, Bamba kann auch in der Doppelspitze, glaube ich, spielen. Aber da spielt man aktuell nicht mit. Da müsste man irgendwie einen Systemwechsel, glaube ich, vornehmen. Und letzter Transferstand der Aufnahme zum VfL Bochum ist die Laie von Myron Boadu von der AS Monaco. Die Karrieremodus-Flash-Footballmanager-Leute, die werden jetzt hier so ein bisschen aufschreien, weil das sehr, sehr lange eins der größten Talente war. Mittlerweile, ich glaube, auch durch Verletzungen und so weiter und so fort. Er konnte sich nicht bei Monaco so richtig durchsetzen. Und ich habe das Gefühl, wie ist nochmal der eine Typ, der gekommen ist zu Bochum, der gar nicht funktioniert, wo man auch gedacht hat, oh ja, der ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht klappt das ja bei Bochum. Liz Musset, genau. Ich glaube, das wird Liz Musset 2.0. Ich glaube, Boadu wird tendenziell enttäuschen. Der ist ein Speed Demon, der ist relativ schnell. Er ist auch dribbelt stark. Aber ich sage, Boadu macht keine Drei-Scorer diese Saison. Und das wäre, glaube ich, für diese Laie und für den Rumble, der da einfach drumherum passiert, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Deswegen Myron Boadu enttäuschend. Ich glaube, generell Bochum, ihr seht, die Transfers werde ich eher negativ als bis auf Sissoko. Ich habe das Gefühl, Bochum geht wieder runter diese Saison. Man hat halt super viel Qualität verloren und nicht so richtig aufgefangen in meinen Augen. Team Nummer 5 sind bei mir tatsächlich die Bayern. Hey, können wir ein bisschen über die Bayern reden. Nur drei Transfers, in Anführungszeichen, stehen zu Buche. Und einen Eric Dyer, der jetzt fest verpflichtet wurde, einen Saragossa und auch einen Sieb, der ja dann direkt wieder abgewandert ist, die zählen natürlich nicht. Wir starten als erstes rein mit Hiroki Ito. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Transfer. Ich denke, der kann auf jeden Fall die Innenverteidigung so ein bisschen stabilisieren. Man hat mit Minjae Kim und mit Upamecano natürlich gesehen, das da absolut Wackelpotenzial quasi ist. Der kann auch Linksverteidiger, was man machen könnte, wenn man rechts zum Beispiel mit einem Bowie spielt, links einfach Ito hinpacken, weil der die deutlich defensivere Variante im Vergleich zu einem Guerreiro oder auch einem Davies ist. Ich bin zwischen stark und kann man mal machen. Man hat natürlich auch relativ viel Geld auszugeben und man muss natürlich auch immer im Rahmen des Vereins bewerten. Ich kann jetzt nicht irgendwie einen Dani DeWitt, der ablösefrei kam, auf enttäuschend packen und dann den Ito hier bei Es Wurde gekocht, weil man 30 Millionen für einen Spieler gezahlt hat, der offensichtlich ganz gut ist. Man muss es auch mit dem FC Bayern in Perspektive setzen. Deswegen glaube ich, ich bin hier so ein bisschen zwischen stark und kann man mal machen. Ich sage, kann man machen. Ich glaube, für stark reicht es mir nicht. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch noch Es Wurde gekocht und da haben wir noch gar keinen drin. Ito hier hin? Ne, wir machen Ito. Wir machen Ito zu Kann Man Machen. Ich glaube, es ist ein guter, well-rounded Spieler. Wir haben Palinja. Jean Palinja, die Holding Stinks, die so lange gefordert wurde. Hat jetzt im ersten Spiel nicht von Anfang an gespielt. Ich könnte mir irgendwie auch gut vorstellen, dass man sich gegen nicht so gute Gegner auch eher auf ein Doppelmittelfeld aus Pavlovich und Kimmich einigt, weil die dann nicht so defensiv eingebunden sind. Man hat aber auch jetzt gegen Wolfsburg natürlich gesehen, dass gerade in den Kontersituationen, dass man da sehr, sehr oft hilflos war und dann in Palinja, glaube ich, doch deutlich mehr Abhilfe geschaffen hätte. Ich habe überlegt, ob ich den Take machen soll, dass er hinter Pavlovich eher zweite Wahl sein wird diese Saison. Mache ich aber, glaube ich, nicht, weil wir einfach auch gesehen haben, mit Company System in den Testspielen und auch jetzt gegen Wolfsburg, brauchst du schon jemanden, der defensiv sehr, sehr stark ist. Der kann auch in die Verteidigung absinken. Da kannst du mit zwei offensiven AVs spielen. Ich gehe aber nicht in stark. Ich gehe wie Ito in. Kann man mal machen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man es an Geldwert bemisst, wie gesagt, das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig. Das machen wir jetzt hier aber nicht. Es geht rein um die Performance. Und Olysee, ganz nach oben gehe ich nicht, aber ich habe so Bock auf den. Ich glaube, der wird katastrophal gut einschlagen. Coman geht ja eventuell noch nach Saudi-Arabien. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fix. Ich finde, man hat bei Olysee schon gesehen, was er kann. Er hat sehr, sehr oft noch bei Laufwegen jetzt in den ersten Spielen so ein bisschen verloren gewirkt. Aber das ist natürlich auch ganz klar. Ich glaube, Serge Gnabry wird diese Saison auch wieder richtig, richtig kochen. Und da hat man mit Sané, Gnabry und ihm sehr, sehr gute Optionen auf den Außen. Deswegen in meinen Augen ein starker Transfer. Damit sind wir auch mit den Bayern schon wieder durch, die nicht so viel gemacht haben bis jetzt. Brauchen sie aber auch vielleicht auch nicht. Dann haben wir Union Berlin, die bei mir jetzt mit 1, 2, 3, 4, 5 Transfers zu Buche stehen. Ich habe jetzt Karl Klaus mal rausgelassen, weil das dritter Keeper sein wird. Und da habe ich ja eben schon drüber geredet, dass das nicht so richtig viel Sinn macht. Starten rein mit Ivan Pratayin. Da war ja so ein bisschen im Raum, aber er direkt wieder zurück in die zweite Liga wechselt, was ich auch sehr, sehr wild fand. Dementsprechend glaube ich, vorne drin wird es für den relativ wenig Spielzeit geben. Wir gehen einfach mal straight mit Bankdrücker rein. Wu Yong Yong, der jetzt kürzlich per Laie von dem VfB Stuttgart kam. Auch der tendenziell ein Kreativspieler. Und das ist natürlich ganz gut, weil das tut Union, glaube ich, in dem System, was die Unterbosfenster und Spielen, ganz gut, wenn man ein, zwei Leute hat, die kreativ tätig sein können. Auf der anderen Seite schränkt dieses System natürlich diese Leute auch ein. Das sehen wir auch bei Lazlo Benes, den wir direkt auch mit in die Verlosung reinwerfen können. Der hat jetzt das Tor gemacht im letzten Spiel. Aber ja, die Frage ist so ein bisschen, wie diese beiden kreativeren Spieler performen werden unter Svensson. Ich glaube generell, Benes könnte jemand sein, der kreativ Zentrum sein wird. Deswegen gehe ich bei ihm mit stark. Ich glaube, der wird eine gute Saison spielen und eine der Personen sein, die hoffentlich Union Berlin in der Liga halten. Denn Union Berlin muss in der Liga bleiben. Ich glaube, mittlerweile hat man sich auch darauf eingestellt, dass man wieder so ein bisschen dieses Champions League Flavor, was man irgendwie im letzten Jahr irgendwie hatte, ja einfach mal vergisst und sagt, ey, wir fokussieren uns auf den Klassenerhalten der Bundesliga. Deswegen Lazlo Benes, starker Transfer. Uyong Ijong ist ein guter Transfer. Den packen wir neben Palinia. Den kann man mal so machen. Und wir haben unseren ersten Es-wurde-gekocht-Transfer. Ich glaube, Tom Rote wird eine super, super Saison spielen. Ich bin mir relativ sicher, dass Deadline-Day-mäßig Robin Gosens doch noch gehen wird. Und davon mache ich das abhängig, weil wenn Robin Gosens bleibt, dann ist für Tom Rote semi-viel Platz. Aber der spielt, der hat super gespielt bei Kiel. Ich habe auch nur so semi-verstanden, warum man ihn bei Dortmund abgegeben hat. Anscheinend plant man halt dann einfach ohne ihn auf der linken Seite. Und ich glaube, Tom Rote wird einer der besten Transfers dieser Saison sein, weil er sich langfristig bei Union Berlin etablieren wird und ja, hoffentlich eine gute Saison spielt. Wir sehen uns dann wieder hier in einem Jahr, wo wir darüber reden, was das für ein dicker El-Take war. Und Tom Rote hat kumuliert 300 Minuten gespielt. Aber wir werden es sehen. Und als letztes haben wir noch Leopold Querfeld. Der kam rein für Vogt in der ersten Partie. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Talent. Kam von Rapid Wien für drei Millionen und der wird auf jeden Fall seine Spielzeit bekommen. Dementsprechend kann ich ihn aber auch nicht in den Bankdrücker packen. Ah, kann ich schon. Enttäuschen geht er auf jeden Fall auch nicht, weil natürlich klar ist, dass der jetzt nicht wirklich Stammspieler sofort von Anfang an werden wird. Aber ich glaube, so gegen Ende der Saison kann er sich bestimmt etablieren und wir machen ihn mal auf Kammern mal so machen. Spielzeit wird da auf jeden Fall vom Laster fallen, denke ich. Dann kommt Holstein Kiel und full Transparenz. Kiel und St. Pauli sind da die Teams, zu denen ich mit am wenigsten sagen kann. Ich habe mir natürlich die Spiele angeschaut und auch die Spiele habe ich mir angeschaut. Aber da ist wahrscheinlich das Potenzial groß, dass ich da irgendwo auch mal daneben liege. Wir starten trotzdem rein mit Puchasch. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Timotheus Puchasch kam von Union Berlin. Ich glaube, das ist ein richtig guter Transfer. Der hat ein bisschen Bundesliga-Erfahrung, aber ich glaube, auf der linken Seite wird er dort die Kieler stabilisieren. Deswegen sage ich stark. Es wurde gekocht. Ist halt auch immer schwierig, was bedeutet, es wurde gekocht bei Teams, die um den Abstieg spielen. Das könnte man auch ein Argument, obwohl Tom Rote ist ja auch in einem Team, der im Abstieg spielt. Ich weiß auch generell nicht. Wahrscheinlich werden im Ende 4, 5 Transfers nur oben sein und das ist auch total in Ordnung. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Wir machen weiter mit Phil Harris. Mittelstürmer kam vom FC 08 Homburg. Ich glaube eher, dass der wenig Spielzeit bekommen wird. Gehe dementsprechend mit Bankdrücker rein. Wir haben Knutzen und Gigovic, die beide vom FK Rostov kamen. Knutzen hat jetzt auch im ersten Spiel schon Stamm gespielt, deswegen gehe ich mal mit Kammern so machen. Wahrscheinlich wird der... Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Mehr habe ich von ihm bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nicht die russische Liga verfolgt. Spielt die überhaupt noch? Tatsache. Die spielen. FK Rostov hat auf jeden Fall am Sonntag verloren gegen Lokomotive Moskau. Wundervoll. Bei Gigovic gehe ich auch in Kammern so machen. Ich glaube enttäuschend wird wahrscheinlich schwierig jetzt irgendwie zu predikten. Ich denke die werden sich wahrscheinlich im zentralen Mittelfeld neben Louis Holtby so ein bisschen abwechseln und mal gucken wer sich dann da am Ende durchsetzt. Man könnte einen von denen irgendwie jetzt weiter nach unten packen. Aber ich glaube dafür weiß ich einfach zu wenig über die Spieler und so ehrlich muss man auch mit sich selber manchmal einfach sein. Dann haben wir noch Kelati. Ich glaube ehrlich gesagt dass der relativ wenig Relevanz haben wird. Deswegen packen wir einfach mal straight den Irrelevant. Ist vielleicht ein bisschen gemein ihm gegenüber. Aber kam von Hoffenheim zwei Ablöse frei. Der wird vielleicht mal eingewechselt werden. Aber ist ein relativ junger Spieler. Wahrscheinlich eher was für die Zukunft. Und Geschwil ist ein Innenverteidiger. Aber da sind De Kieler eigentlich gut aufgestellt. Deswegen packen wir den mal auf Bankwärmer. Dann kommt Borussia Dortmund und die haben auf jeden Fall ordentlich was investiert auf dem Transfermarkt. Man holt Bayer, Anton, Girassi, Groß und Koto. Mittlerweile habe ich auch verstanden dass man den so aussprünglich Kuto ich glaube es ist Koto. Falls nein bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe Lust neue Sachen zu lernen. Wir starten aber rein mit Seru Girassi. Und das ist glaube ich der größte Hot Take in dieser Prediction wenn man es so nennen will. Seru Girassi wird nicht funktionieren. Seru Girassi hat in seiner Karriere immer so auf und ab Saisons gefühlt gehabt. Wir erinnern uns an Köln. Hat das Tor nicht getroffen. Stuttgart war sehr sehr gut. Ich glaube er wird schon seine Scorer machen. Aber wir müssen ihn natürlich daran messen mit was für Erwartungen er gekommen ist. Und ich glaube er wird diese Erwartungen auf jeden Fall unterbieten. Deswegen gehe ich mit Girassi in Enttäuschen. Das war ja auch so mein Call in der Podcast Episode. Falls ihr den noch nicht gehört habt gerne auschecken. Wir haben nämlich die Bundesliga predicted. Pfosten rettet heißt er auf Spotify und Co. Gerne vorbeischauen. Und da habe ich gesagt Dortmund wird nicht gut abschneiden. Die Saison wird wieder Fünfter werden. War es Fünfter oder Sechster? Ich weiß es glaube ich gar nicht. Und das liegt daran dass Girassi nicht performt und dann keiner vorne so richtig die Tore machen kann. Das ist so ein bisschen mein Take. Kann auch sein dass es ganz anders kommt. Trotzdem bleibe ich hier mir treu und gehe mit Girassi enttäuschend. Ich glaube Maxi Bayer auf der anderen Seite ist ein sehr sehr guter Transfer. Gerade auch für die Zukunft für das Geld was man bezahlt hat. Man hat einfach Völkug 1 zu 1 gegen Maxi Bayer getauscht. Und ich glaube auch der der hat Bock. Der geht in der Defensive mit zurück. Der wird ordentlich wirbeln. Deswegen muss der Mann in stark. Ich glaube Anton wird gut sein. Ich glaube er wird ein bisschen damit zu kämpfen haben dass auch ein Süle sehr sehr stark wieder zurückkommt und man sich vielleicht so ein bisschen in der Innenverteidigung um Plätze streitet. Je nach welcher Taktik man eben fährt. Trotzdem Anton ist ein guter Transfer. Man bekommt das was man erwartet aber halt auch nicht mehr in meinen Augen. Deswegen kann man mal machen bei Valdi. Dann haben wir noch Koto. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es dem Spieler sehr sehr wenig sagen. Aber einfach Bauchgefühl ist irgendwie enttäuschend. Ich habe da gerade keine Gründe für. Manchmal erkennt das dass manche lieben manche von euch lieben das manche hassen das bei mir. Aber ich habe irgendwie so ein gewisses Bauchgefühl und manchmal Plastis manchmal nicht und Koto wird enttäuschen. Aber wir haben den zweiten Transfer der in die Kategorie es wurde gekocht kommt denn Pascal Groß ist ein Banger-Transfer für Dortmund. Was Dortmund in meinen Augen in den letzten Jahren oft falsch gemacht hat ist aber dass man halt extrem viel auf die Jugend setzt. Was sehr sehr gut ist. Dadurch hast du Spieler wie Haaland oder Bellingham auch für viel viel Plus verkauft. Aber du brauchst einfach Leute die eine Qualität mitbringen die eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und Pascal Groß ist genau dieser Spieler viel zu lange disrespektet worden von der Nationalmannschaft jetzt bei der EM endlich dabei gewesen gut gespielt im ersten Spiel gut gespielt bei Brighton immer eine feste Größe gewesen der Mann hat neben Kevin De Bruyne ist er der einzige Spieler der in der Premier League in den letzten Jahren über 500 Großchancen herausgespielt hat und ich glaube der wird Dortmund richtig richtig gut tun deswegen es wurde gekocht mit Pascal Groß ich weiß nicht ob Dortmund noch was macht ich glaube man hat ja auf der links weiterger Position überlegt noch was zu machen sich dann aber entschieden mit Kabak heißt der glaube ich ne Kabak nicht Kabak auch jemanden aus der Jugend hochzuziehen was sehr sehr spannend ist Madriasson der auf beiden Seiten kann Marc Benze Baini deswegen kann ich mir auch vorstellen dass da die Transferplanungen schon abgeschlossen sind man hat ja auch relativ viel gemacht und einiges gut einiges auch eventuell enttäuschend würde ich sagen weiter geht es mit Borussia Mönchengladbach von einer Borussia zu anderen Charles Herrmann können wir glaube ich relativ schnell machen kam ablösefrei glaube ich von Dortmund 2 oder was die U19 ich glaube es ist die U19 genau ich denke der wird keinerlei Relevanz haben das ist ein Transfer für die Zukunft wenn man einfach an ihn glaubt wahrscheinlich erstmal für die zweite Mannschaft eingeplant und das ist auch total in Ordnung dann war Philipp Sander der kam von Holstein Kiel für eine Million Euro Ablöse hat in seinem Interview gesagt er ist natürlich nicht gekommen um die Bank zu drücken doch Philipp ich glaube schon ich glaube du bist gekommen um die Bank zu drücken und das ist auch in Ordnung du bist wahrscheinlich eine gute Backup Option aber ich denke Stammspieler ist eher nicht drin dafür hat Gladbach einfach zu viel Qualität gerade auch im zentralen Mittelfeld es ist ja noch nicht klar was passiert mit Kone was passiert mit Rocco Reitz wenn da jemand geht Christoph Kramer ist ja auch jetzt gone vielleicht öffnet sich dann eine Lücke für den lieben Philipp aber ich glaube eher Bank wird sein Schicksal sein und wir haben zwei starke Transfers Kevin Stöger hat auch schon im ersten Spiel gezeigt die Übersicht ist einfach am Start der Mann ist ein absoluter King und das ist auch der Grund warum Bochum runtergehen wird weil man ihn einfach nicht ersetzen kann und bei Gladbach wird er eine sehr sehr gute Saison spielen viele Assists machen generell Stammkraft sein gute Standards treten aber für ganz oben reicht es für mich nicht denn ganz oben ist Tim Kleindienst mein Hot Take für diese Saison ist Leute Tim Kleindienst wird am Ende der Saison mindestens ein A Nationalländerspiel haben für Deutschland weil Niklas Füge bei West Ham nicht performt man braucht einen Stürmer der Willen hat und Tim Kleindienst hat Willen und ich glaube der wird eine super Bundesliga-Saison spielen ich weiß nicht wie viele Skor am Ende bei rumkommen daran würde ich ihn aber auch nicht unbedingt messen sondern einfach wo Gladbach am Ende abschließt denn ich glaube der Mann kann auch kreieren generell dieses Duo Kleindienst-Stöger das wird super super funktionieren und Gladbachs Transfers werden sie wieder in Richtung Europa irgendwo nach oben katapultieren vielleicht schafft man es am Ende nicht in die Euro oder Conference League sondern wird es so Achter, Neunter aber das hat trotzdem einiges besser als letzte Saison ich glaube ich hatte sie in meiner Prediction auf sieben oder so ich weiß noch nicht ob ich das nochmal als Video machen soll weil wir das im Podcast schon gemacht haben und es ist auch schon der erste Spieltag beziehungsweise der zweite fast vorbei ist aber ja ich glaube Gladbach wird wieder zu alter Stärke erstarken unter anderem durch Tim Kleindienst und ich wollte gerade Philipp Stöger sagen Kevin Stöger gut dann würde ich sagen haben wir jetzt noch ein Team dann haben wir die zehn voll und dann können wir in der zweiten Episode die wahrscheinlich am Sonntag online kommen wird denke ich mal das wäre so mein Plan weil das ist der Deadline-Day durch ich würde das dann Samstagabend irgendwie aufnehmen da können wir dann die restlichen acht Teams plus alle Deals die wir jetzt hier nicht drin hatten wegen Deadline-Day noch reinpacken und dann haben wir quasi zwei kleinere Tier-Lists das ist glaube ich ganz cool am Ende werden wir hier oben wahrscheinlich irgendwie so zehn Spiele haben weil es wurde gekocht und das letzte Team für dieses Video ist der VfL Wolfsburg die auch einige Transfers am Start haben ich habe hier sechs Stück ich gucke nochmal gerade ob das auch richtig ist zum jetzigen Zeitpunkt ja starten rein mit Müller dem Keeper Marius Müller der so ein bisschen Graberer ja Konkurrenz bieten soll man hat auch noch Perwan ich glaube Perwan ist schon eigentlich der designierte zweite Keeper deswegen ist Marius Müller eher dritter Keeper deswegen bin ich sehr geneigt den einfachen Irrelevanz zu packen gar nichts gegen ihn ich fand bei Schalke war ja eigentlich immer ganz gut bei Luzern auch dann war Benze Dardai auch dort ist die Frage wie viel der wirklich spielt ich glaube auch der wird wahrscheinlich eher irrelevant sein kam Ablöse frei von der Hertha ich glaube das ist jemand für die Zukunft den man vielleicht in zwei drei Saisons dann mal irgendwie an als Stammspieler sieht aber ich glaube diese Saison wird da wenig Spielzeit runterfallen dasselbe geht für Angeli der ist 17 Jahre alt Innenverteidiger Talent aber auch das ist ein Transfer für die Zukunft deswegen würde ich den auch straight in irrelevant packen wie gesagt gar nichts gegen die Spieler aber die werden einfach nicht spielen diese Saison glaube ich vielleicht da der mal reinkommt oder so dann war Grabera und Leute ich liebe diesen Mann der war bei Kopenhagen schon geisteskrank und ich glaube der wird Top 3 Keeper der Liga diese Saison ich weiß nicht wer die anderen sind Kobel safe neuer bin ich mir nicht sicher der kann auch mal wie wieder ein bisschen Stinker Saison wir haben Grabera auf jeden Fall Top 3 Keeper diese Saison deswegen packen wir den es wurde gekocht ich weiß man hat den Deal schon agreed ich glaube vor einem halben Jahr aber er kommt ja erst jetzt deswegen zählt das für mich trotzdem erst als Neuzugang für jetzt 13,5 Millionen Euro Ablöse ist natürlich auch eine Stange Geld aber Grabera wird super sein diese Saison dann haben wir noch Kuli Herakis man braucht dringend in der Innenverteidigung was da hat man auch Angeli natürlich als Talent aber Kuli Herakis wird glaube ich eine gute Saison spielen da hat man die Eintracht aus Frankfurt ausgestochen die sich ja dann Theater geholt haben anstattdessen weil man einfach mehr Geld geboten hat als die Adler und man hat sich noch Amura geholt Laie von es ist Saint-Gilois es ist Saint-Gilois 3 Millionen Euro Leihgebühr hat man dort bezahlt ein Offensivspieler auch der da hat man einfach sehr sehr viele Optionen bei Wolfsburg deswegen ich weiß nicht ob ich bin irgendwo zwischen den beiden aber ich glaube ich gehen kann man mal machen ich bin jetzt nicht auf dem Train dass Wolfsburg eine super krass gute Saison spielen wird und davon wäre ja irgendwie relativ vieles dann doch abhängig bei ihm und ja das ist also Teil 1 der Tierlist gewesen ich bin eigentlich relativ zufrieden wir haben natürlich nur vier Spieler und es wurde gekocht Tom Rote Pascal Groß Tim Kleinienst und Kamil Grabara aber ansonsten waren da glaube ich ein paar ganz gute Takes dabei wie gesagt organisatorisch nochmal falls ihr es noch nicht verstanden habt erkläre ich es gerne nochmal wir machen das ist Teil 1 Teil 2 wird wahrscheinlich am Sonntag oder am Montag kommen wo wir dann alle Deadline Day Transfers die jetzt von den Teams die hier drin waren die wir noch nicht haben können weil wenn jetzt irgendwie weiß ich nicht Robin Großes noch zu Bayern München wechselt dann kann ich den ja offensichtlich nicht hier mit reinpacken weil ich das noch nicht weiß der wird dann in dem Video da am Start sein ansonsten noch die restlichen Teams das müssten dann noch Pauli, Augsburg, Bremen Heidenheim, Hoffenheim, Leipzig, Stuttgart und auch Leverkusen sein die ja auch einiges gemacht haben während hier mein Handy klingelt sorry dafür das machen wir dann im nächsten Video lasst gerne ey Digga wer spammt mich denn jetzt hier zu checkt gerne auch meine Tour aus wir werden live unterwegs sein da wird es auch in den kommenden Tagen wahrscheinlich nochmal ein Video geben wo ich erkläre was wir auf der Tour alles machen wie ihr da teilhaben könnt weil wir wollen nämlich mit euch live auf der Bühne quasi so ein paar Spiele machen so eine kleine Fußballquiz Rätselshow wird auf jeden Fall ein Teil der Tour sein da kommen wir in 5 Städte checkt ihr wie gesagt sehr gerne aus den Link dazu findet ihr auch wie immer unten in der Beschreibung ansonsten Kanal abonniert habt ihr hoffentlich sowieso schon gemacht und ja mir hat es sehr viel Spaß gemacht finde ich sehr cool diese Art Videoformat vielleicht jetzt mal öfter wieder ein paar Rankings hätte ich auch überlegt ob ich nochmal das dritte Liga Trikot äh das Drittliga Trikot das Trikot Ranking dritte Trikots der Bundesliga mache Danny ist wie gesagt im Urlaub sonst wäre der hier vielleicht auch dabei gewesen aber äh ja wir werden das auf jeden Fall noch Teil 2 machen und vielleicht auch noch im Winter habt einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video haut rein ciao ciao し about it Quietschen берet In 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 So Wo